Musik Also hier haben wir jetzt die School in a Box. Da gibt es eine große Kiste für den Lehrer und alles, was der Lehrer so braucht. Das wird dann im Klassenzimmer aufgehangen. Also da sind halt so Schautafeln dabei, jede Menge Hefte. Das ist jetzt hier eine Kindergartengruppe noch. Neben Schulmaterial und Stiften und auch Spielzeug und Baustein sind auch Zahnbürsten drin. Hier lernen die Kinder quasi schon im Kindergarten, dass sie sich regelmäßig die Zähne putzen sollen. Was halt immer super ist an solchen Systemen, dass sie das dann mit nach Hause nehmen und der Familie und den Eltern zeigen. Und so wird das dann quasi irgendwann auf alle übertragen. Das finde ich immer ganz toll. Vielen Dank für die Hilfe. Vielen Dank für die Hilfe.